Die Technik ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Wir haben, ob es bei den 6x4, die wir jetzt draußen sehen, die unter dem Tieflader fahren oder auch im Schüttgutbereich fahren, oder aber auch unsere Vierachserzugmaschinen, die im Schwertransport bis zu 100, 120 Tonnen fahren, ziehen, bremsen. Da ist natürlich die Technik vom Getriebe bis zu den Bremswegen und den Retardern ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und wenn irgendeine Komponente dort nicht funktionieren würde, wäre das schlecht. Aber da ist die Technik tiptop und wächst immer mit uns mit.